Es gab Meldungen, dass der Sicherheitsdienst hier eine Säuberungsaktion gegen Partisanen durchführt. Der Befehl lautet, keiner kommt rein, keiner kommt raus. Was machen wir, wenn jemand durch will? Mal schießen. Ich schießt ganz gern, oder? Als ich sieben war, ist unser Vater arbeitslos geworden. Dann sind wir in die Wälder, jagen. Erst als der Führer kann mein Vater wieder Arbeit bekommen. Da sind sie eigentlich. Das ist die Polizei. Ukraina. Da sind ja auch Kinder dabei. Die dürfen doch keine Zivilisten töten. Das ist die Polizei. Hey! Stol! Lass sie los! Was heißt sofort? Das ist schass. Das ist schass! Was ist hier los? Los lassen! Herr Stolmannführer. Herr Stolmannführer. Herr Stolmann. Das Mädel gehört dem Sicherheitsdienst. Das Mädchen untersteht wie alle Zivilisten im Kampfgebiet der Wehrmacht. Das ist keine Zivilistin. Das ist eine Jüdin. Befehle für Befehle. Ihre Befehle lauten, einen ukrainischen Mob anzuführen. Wie ehrenvoll für einen deutschen Offizier. Das Mädchen bleibt in ihrer Verantwortung, bis sich die Sache geregelt hat. Zu Befehl. Wie sie finden schon leiden hat. Herr Stolmannführer. Das Mädchen bleibt in ihrer Verantwortung.